Nennen Sie beispielhaft einige Produktionsstammdaten. Also Beispiele für Produktionsstammdaten. Nun, da haben wir zum Beispiel Stammdaten des Produktes selber. Es geht ja um Produktion, dann nehmen wir erstmal das Produkt. Und das kann zum Beispiel sein, oder können sein, die Maße und das Gewicht. Dann haben wir Erzeugnisstrukturdaten. Da geht es um die Zusammensetzung. Wie setzen sich die Module zu Baukästen zusammen, zum Beispiel. Dann haben wir Arbeitsplandaten. Und wir haben Arbeitsplatz und Maschinen, also Betriebsmitteldaten. Arbeitsplatz und Maschinendaten kann man hier an dieser Stelle auch sagen. Das sind Beispiele für Produktionsstammdaten. Wollen Sie lernen ohne zu leiden, dann klicken Sie auf den Link unter diesem Video. Dieser Link führt Sie direkt zu meinem Schnelllernsystem. Mein Name ist Marius Ebert. Vielen Dank. Vielen Dank.